Hallo meine lieben Freunde und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder reinschaut und zwar zu einem weiteren Super Mario Odyssey Mond Video. Heute befinden wir uns im Sand Kingdom, denn dort gibt es noch insgesamt 28 Monde zu holen und die werden wir uns jetzt auch alle nach und nach einsammeln. Also freut euch da schon mal drauf. Bevor es losgeht, könnt ihr jetzt gerne meinen Kanal abonnieren, wenn ihr Bock habt. Das wäre eine coole Sache. Vielen Dank dafür. Und schaut auch regelmäßig auf meinem Kanal vorbei. Nicht vergessen, damit ihr nichts mehr verpasst. Und jetzt geht es los. Also lädt euch zurück und viel Spaß. Ihr müsst zuallererst hier in dieser Welt den Würfel aktivieren. Den Mond 62 findet ihr entweder im Seeland oder im Forstland. Je nachdem, welche Welt ihr zuerst gemacht habt. Ich habe zuerst das Seeland gemacht. Deswegen finden wir meinen Mond sozusagen hier in dieser Welt und zwar müssen wir in das Bild rein, jumpen und dann kommen wir hier oben wieder raus. Falls ihr das Forstland zuerst gemacht haben solltet, dann seht ihr jetzt, wo ihr hin müsst. Als nächstes schnappen wir uns sieben Monde hintereinander. Na, den allerersten Mond findet ihr hier oben auf der Palme. Ganz easy einzusammeln. Danach könnt ihr euch Miauxi schnappen. Der steht hier rum. Mit ihm seid ihr etwas schneller und zwar müsst ihr in dieses Rohr hier rein jumpen. In diesem Raum gibt es jetzt zwei Monde. Ihr müsst ab und zu hier die Brille aufsetzen und absetzen. Wenn ihr die nie absetzt, dann seid ihr viel zu langsam. Deswegen macht das genau so. Einmal aufsetzen, einmal absetzen. Ihr habt hier unten jetzt einen Schlüssel gesehen. Einsammeln und dann erhaltet ihr den ersten Mond. Und den zweiten Mond findet ihr am Ende des Raums. Nachdem ihr diesen Raum geschafft habt, geht es auch direkt weiter. Und zwar müsst ihr euch einen Hasen einfangen. Wenn ihr auch das geschafft habt, geht es sofort weiter. Und zwar könnt ihr euch hier bei dieser Station Miauxi rufen. Den brauchen wir auf jeden Fall. Und zwar gibt es hier einen Notenschlüssel. Diesen Schlüssel müssen wir berühren und dann ganz, ganz viele Noten einsammeln. Und ihr seht schon, wir müssen ziemlich schnell sein. Springt direkt wieder auf Miauxi drauf und reitet zu diesem Gift hier. Hier befindet sich auch noch ein Mond. Ihr könnt direkt wieder auf Miauxi drauf springen und zum Cooper reiten. Denn da gibt es auch noch eine weitere Aufgabe. Jetzt holen wir uns noch einmal ein paar Monde hintereinander. Und zwar fangen wir genau hier an dieser Stelle an, in dem Raum hier unten. Hier gibt es zwei Monde. Dafür müsst ihr euch eine Blume schnappen. Und hier in der Mitte findet ihr einen Schlüssel. Den müsst ihr euch einsammeln. Das ist nicht ganz so einfach, aber ihr schafft das ganz sicher. Da liegt ein Mond einfach rum. Und mit Hilfe des Schlüssels bekommt ihr diesen Mond hier. Nachdem ihr die zwei Monde bekommen habt, machen wir weiter. Und zwar braucht ihr jetzt hier einen Kugel-Willi. Fliegt hier durch und fliegt hier ein Stückchen hoch. Da seht ihr schon den Mond ganz easy. Als nächstes gehen wir ein Stückchen zurück. Wir brauchen jetzt wieder ein Kugel-Willi. Und wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen hier. Schnappt euch diesen Kugel-Willi. Fliegt hier nochmal hin und geht hier raus. Und schnappt euch direkt den zweiten Kugel-Willi. Und dann müsst ihr schütteln den Joystick. Damit ihr zu diesem Stein gelangt. Das ist ganz wichtig. Immer schütteln. Von hier oben aus gibt es noch in der Ecke hier hinten ein weiteres Rohr. Da gibt es auch nochmal zwei Monde. Und ihr seht jetzt ganz genau, wo sich diese Monde befinden. Bis zum nächsten Mal. Wir holen uns jetzt drei Monde hintereinander. Und zwar müsst ihr dafür einmal in die 2D-Passage. Dort gibt es einen Notenschlüssel. Den müsst ihr einmal berühren und dann ganz viele Noten einsammeln. Wenn ihr das getan habt, könnt ihr wieder hochklettern auf den Tower. Und dann werdet ihr sehen, wo sich weitere zwei Monde befinden. Die sind ganz einfach zu bekommen. Die sind ganz einfach zu bekommen. Für die nächsten drei Monde müsst ihr erst einmal zwei Rennen absolvieren. Also sprecht diesen Koopa an. Zweimal hintereinander sozusagen. Das erste Rennen startet. Das ist noch nicht ganz so schwierig. Und das zweite Rennen wird etwas schwieriger. Aber ich denke, ihr schafft beide Rennen. Und danach, wenn ihr diese Rennen geschafft habt, müsst ihr an einer Wand ein paar Poster abmachen. Das werdet ihr gleich zu sehen bekommen. Und dann geht's. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Er möchte sich an einen Kampf erinnern, deswegen könnt ihr ihm diese Prudels Kampfmusik vorspielen und da freut er sich natürlich. Und als nächstes könnt ihr hier direkt runter springen, an der Wand seht ihr noch ein Bild, das da hier. Und vielleicht seht ihr schon wo ihr hin müsst, ihr müsst in das Bowserland reisen, denn dort findet ihr noch einen weiteren Mond. Die nächsten drei Monde bekommt ihr ganz einfach und zwar einen Mond bekommt ihr von Prinzessin Peach, die findet ihr hier oben. Einen weiteren Mond findet ihr auf einer Säule, da könnt ihr das Stromkabel von hier oben benutzen und im richtigen Moment hier runterspringen. Ganz easy. Danach könnt ihr in das große Loch reinjumpen und hier müsst ihr noch auf einen großen Ring eine Stampfattacke machen. Um Mond Nummer 81 zu bekommen, müsst ihr ganz schön weiter laufen. Schnappt euch an dieser Stelle erst einmal einen Goomba und mit diesem Goomba seht ihr jetzt ganz genau wo ihr hin müsst. Zum Schluss müsst ihr noch eine kleine Weltreise unternehmen und zwar müsst ihr zuallererst diesen kleinen Typen hier ansprechen. Und dann müsst ihr in verschiedenen Welten diesen kleinen Typen immer wieder ansprechen. Und dann müsst ihr in verschiedenen Typen immer wieder ansprechen.